Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Sidekick-Tutorials rund um das Thema WordPress. Mein Name ist Michael Will, ich bin der Gründer und Inhaber der Werbeagentur Sidekick und ich habe gleich noch einen Hinweis vorweg. Diese Tutorials legen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es geht hier wirklich nicht darum, WordPress in allen Details zu erklären, sondern es geht vielmehr darum, unseren Kunden, die zum großen Teil WordPress als Content-Management-System benutzen, Hinweise zu geben oder Tipps zu geben, wenn sie sich irgendwo in den Weiten des Administrationsbereichs verlaufen haben. Also insofern werden wir nicht alle Knöpfe erklären, nicht alle Funktionen erklären, sondern es geht im Wesentlichen darum, die Basisfunktionen zu verstehen und sicher und sauber mit WordPress arbeiten zu können. Im heutigen zweiten Teil geht es um die Seiten, wie erstelle ich eine Seite, was mache ich dann mit der Seite, wie bearbeite ich diese Seiten und vor allen Dingen auch um den Unterschied zwischen Seiten und Beiträgen. Da gibt es nämlich oftmals Missverständnisse, was man für was verwenden kann und ich glaube, damit können wir gleich mal beginnen. Wenn Sie hier an der Seite, ich bin wieder eingeloggt übrigens im Administrationsbereich und wenn Sie hier an der Seite gucken, haben Sie wie üblich die Navigation Ihres Administrationsbereichs und die Beiträge und die Seiten. Was ist jetzt was? Dazu muss ich ein bisschen ausholen. WordPress hat eigentlich begonnen, seinen Lebenszyklus als Software, als Blogging-Software. Also sprich, WordPress ist dafür geeignet oder war dafür eigentlich konzipiert, einen Blog zu führen, also sprich eine Art Online-Tagebuch. Und der Sinn eines Tagebuchs ist, dass man an einem Tag zu einer gewissen Zeit Einträge schreibt, die man dann auch nach dieser Zeit oder nach bestimmten Kategorien, die man anlegt, sortieren kann. Und genau das tun die Beiträge. Beiträge, wenn Sie einen Beitrag erstellen, bekommt er immer einen Zeitstempel mit und Sie können den Beitrag mit beliebig vielen Kategorien versehen. Das können Sie im Vergleich dazu mit den Seiten nicht. Deswegen eignen sich die Beiträge für Dinge wie eine News-Rubrik. Da können Sie dann zum Beispiel gleich in Ihrer Seitenleiste die drei aktuellsten News anzeigen lassen, also nach Zeit sortieren. Oder Sie können eine Sammlung von Rezepten machen. Auch dafür sind die Beiträge wunderbar geeignet, weil Sie verschiedene Kategorien vergeben können und dann diese Beiträge sortiert nach der jeweiligen Kategorie auch ausgeben können in Ihrem Content-Management-System. Also News, Rezepte, Tagebücher, Blog-Einträge. Für diese Dinge sind die Beiträge natürlich wie gemacht. Die Seiten hingegen sind wichtig, wenn Sie mehr statische Dinge machen wollen. Die üblichen Verdächtigen einer Homepage. Die Über-mich-Seite, die Kontakt-Seite, die Impressum-Seite, die Datenschutz-Seite. Das sind alles Dinge, die als Seiten konzipiert werden, weil da interessiert mich nicht, wann ich diese Seite erstellt habe. Die muss auch keine Kategorie haben. Der große Vorteil der Seiten ist aber, dass ich mit diesen Seiten tatsächlich eine Navigation aufbauen kann. Und tatsächlich ist es so, dass erst seit WordPress auch Seiten darstellen kann, ich WordPress auch tatsächlich als vollständiges und vollwertiges Content-Management-System verwenden kann. Das ist ganz wichtig. Deswegen kümmern wir uns heute auch erstmal um die Seiten, weil wir wollen heute mal ein Grundgerüst unserer Homepage erstellen. Deswegen klicke ich hier einfach mal am Rand auf die Seiten. Und dann geht diese Unter-Navigation auf und Sie sehen, Sie haben hier die Unterpunkte Alle Seiten und Seiten erstellen. Wie üblich bei WordPress, wenn Sie auf einen Oberpunkt klicken, kriegen Sie hier in der Mitte eine Liste aller Seiten, die Sie momentan schon erstellt haben. Wenn wir jetzt eine neue Seite erstellen wollen, können wir das an drei verschiedenen Orten tun. Zum einen hier in der Navigation haben Sie einen Punkt, der heißt erstellen. Da können Sie eine neue Seite anlegen. Oder hier oben in der Übersicht der Seiten, neben dem Wort Seiten, haben Sie auch schon einen Knopf, der Ihnen gestattet, eine neue Seite zu erstellen. Und Sie haben hier oben, wenn Sie mit der Maus auf den Punkt plus neu gehen, was hinzufügen bedeutet, haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, eine neue Seite zu erstellen. Und das machen wir jetzt auch mal. Ich klicke hier mal drauf. Und dann sehen Sie die doch sehr einfache und übersichtliche Eingabemaske, wie man eine Seite editieren kann. Hier oben in dieser ersten Zeile, da steht so grau hinterlegt, gib hier den Titel an. Da klicken wir mal rein und geben der Seite mal einen Titel. Und ich nenne diese Seite mal Trappatoni. Warum ich das tue? Er wird sich gleich erschließen. Diese Überschrift, die ich hier oben in diese lange erste Zeile eingebe, wird, wenn ich diese Seite später veröffentliche, ich schalte mal um in den Außenbereich, diese Überschrift hier darstellen. Also jede Seite in unserem Content-Management-System wird eine Überschrift bekommen. Und diese Überschrift gebe ich, ich schalte um in den Administrationsbereich, hier oben in diese erste Zeile ein. Das ist mal das Erste. Erste Zeile entspricht der Überschrift. Hier unten in diesem großen Content-Bereich kann ich dann die Inhalte der Seite eingeben. Und ich werde jetzt mal Folgendes tun. Ich habe mir von einer anderen Seite im Internet, wo man sich so Lorem Ipsum-Texte, Blindtexte herunterladen kann, mir auch schon mal einen Blindtext runtergeladen und zwar einen ganz besonderen, nämlich die berühmte Rede von Giovanni Trappatoni aus dem Jahr 1998. Das ist die berühmte Flasche-Leer-Rede. Die habe ich hier mal kopiert und eingefügt, damit wir hier mal ein bisschen Text haben, mit dem wir arbeiten können. Grundsätzlich noch ein, zwei kleine Bemerkungen vorweg zu diesem Administrationsbereich und zu diesem Editor-Fenster hier. Ich werde auch im Rahmen dieses Tutorials nicht alle Buttons erklären, denn das würde einfach zu weit führen. Ich werde mich auf die wesentlichen Buttons konzentrieren, aber Sie haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, wenn Sie mit der Maus zum Beispiel auf einen dieser Buttons zeigen, ohne zu klicken, dann geht so ein gelbes Kästchen auf, wie gerade hier und dieses gelbe Kästchen, das ist ein sogenannter Tooltip, der erklärt Ihnen, was Sie denn jetzt, was dieser Button tut. Zum Beispiel, wenn ich hier mal die Maus draufzeige, sehe ich, ah, das ist ein vorformatiertes Zitat. Und so können Sie sich, wenn Sie irgendwann mal nicht wissen, was ein Button bedeutet, jederzeit sich helfen, indem Sie einfach mal auf den Button zeigen, die Maus stehen lassen und ein bisschen warten, dann erscheint dieser Tooltip und der erklärt Ihnen, was Sie da gerade sehen. Eine zweite wichtige Geschichte möchte ich an der Stelle noch erklären, die schlecht dokumentiert ist und die wirklich eigentlich aus meiner Perspektive recht wichtig ist. Ich scrolle mal hier nach unten und gehe mal an das Ende meines Textes und drücke mal die Return-Taste und gebe neuen Text ein. Was passiert? WordPress legt mit dem Drücken der Return-Taste einen neuen Absatz an. Das sehen Sie daran, dass hier ein Abstand zwischen dem letzten Paragrafen und dem neuen Paragrafen entsteht. Also der normale, der einfache Drück auf die Return-Taste legt innerhalb von WordPress einen neuen Absatz an. Jetzt kann es ja aber sein, dass Sie gar keinen neuen Absatz anlegen möchten, sondern einfach nur eine neue Zeile haben möchten. Und das funktioniert, indem Sie die Shift-Taste halten und mit gedrückter Shift-Taste die Return-Taste drücken. Dann, ich mache das mal, bekommen Sie tatsächlich eine neue Zeile, in der Sie einfach weiter Text eingeben können. Das ist tatsächlich ganz wichtig und ganz schlecht dokumentiert in der WordPress-Dokumentation. Also, normale Shift-Taste drücken macht einen neuen Absatz mit Abstand zum Vorderen. Shift und die Return-Taste drücken macht nur eine neue Zeile. Ich lösche das jetzt hier mal raus, damit wir weiter editieren können. So, einen zweiten Hinweis habe ich noch. Der betrifft die grundsätzliche Arbeit mit dem Content-Management-System. Das ist ganz wichtig. Der Zurück-Button Ihres Browsers, bei Safari ist der hier oben zu finden, ist nicht Ihr Freund, wenn Sie im Administrationsbereich eines Content-Management-Systems arbeiten. Warum ist das so? Nehmen wir mal an, Sie haben jetzt hier gerade sehr viel Text eingegeben und drücken auf den Zurück-Button. Ich mache das mal. Ein moderner Browser warnt Sie und sagt, Achtung, möchten Sie die Seite wirklich verlassen? Beim Verlassen der Seite werden deine Änderungen verworfen. Das ist ein Hinweis darauf, dass Sie hier auf dieser Seite gearbeitet haben und er Sie davor warnt, dass wenn Sie jetzt die Zurück-Taste klicken, diese Änderungen weg sind. Und wenn Sie jetzt sagen, nein, ich möchte auf der Seite bleiben, dann haben Sie Glück gehabt, dann sind die Inhalte erhalten geblieben. Ältere Browser machen das nicht. Das heißt, wenn Sie bei älteren Browsern hier auf den Zurück-Knopf klicken, dann sind die Änderungen, die Sie gemacht haben, einfach weg. Also ganz wichtig, wenn Sie in einem Administrationsbereich, in einem Content-Management-System arbeiten, benutzen Sie bitte wirklich die Navigationselemente und die Navigationen und die verschiedenen Buttons, die es hier gibt und nicht den Zurück-Knopf im Browser. Weil da kann es Ihnen wirklich passieren, dass Sie Arbeit, die Sie gemacht haben, einfach verlieren. Und wenn wir gerade schon beim Stichpunkt Arbeit verlieren sind, noch ein Hinweis. Nehmen wir mal an, Sie haben hier eine neue Seite angelegt und haben jetzt hier relativ viel Text eingegeben. Dann kann es passieren, dass der Browser, in meinem Fall Safari, diese einzelnen Text, diese Texteingabe, die Sie hier tun, nicht als Interaktion mit der Webseite versteht. Denn der Browser versteht nur Dinge wie veröffentlichen, abspeichern, die Seite bearbeiten, Dateien hinzufügen. Das sind für den Browser Aktionen, wo er wirklich merkt, hoppla, da macht der User, der vor der Tastatur sitzt, gerade etwas. Nur Text einzugeben, interpretiert er nicht als wirkliche Eingabe. Und deswegen kann es passieren, wenn Sie sehr lange Texte eingeben, hier in dieses Textfenster, dass der Browser Sie auslockt. Aus Sicherheitsgründen, aus dem Administrationsbereich. Und wenn Sie dann versuchen, hier drüben die Seite zu veröffentlichen, warnen Sie der Browser und sagt, Achtung, Sie sind ausgelockt und es besteht wieder die Gefahr, dass Sie den Text verlieren, den Sie gerade eingegeben haben. Also noch ein Hinweis, längere Texte nicht hier im Administrationsbereich eingeben, sondern lange Texte schon aus Sicherheitsgründen in Word eingeben oder im Texteditor oder irgendwo. Und wenn Sie dann den Text fertig eingegeben haben, einfach mit STRG-C oder CTRL-C kopieren und dann hier in dieses Fenster einfügen.